Hallo, mein Name ist Sabine Liebl, bin seit 20 Jahren Hellseherin, Heilerin, habe auch eine SL-Schule, also ich bin in dieser sogenannten Spiritualität zu Hause, habe damit eine Firma aufgebaut, bin also sehr stabil und auch selbstständig, ich arbeite sehr gut, muss auch viel Steuern zahlen, was auch in Ordnung ist. Ich möchte nur damit sagen, ich bin stabil und ich bin eine Geschäftsfrau, auch wenn es in dieser sogenannten Spiritualität ist, die von vielen nicht so anerkannt wird, muss ich sagen, ich stehe zwischendrin. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, zwecks, was jetzt gerade in der Politik passiert. Die einen sagen, die Frau Merkel ist vom Teufel besessen, der Spahn auch. Die anderen sagen, die Merkel, die macht super, die schützt uns. Andere sagen so, es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Meinungen und viele Menschen trennen sich, viele Freundschaften gehen auseinander über diese verschiedenen Meinungen. Da ich ja in der Spiritualität tätig bin und Mutter Maria und mit Jesus sehr stark verbunden bin, gibt es eine Lösung für uns alle. Die, die denken, die Frau Merkel macht es richtig, wenn die Mutter Maria dazu schicken, dass die Frau Merkel die Stärke hat, das durchzuziehen, weil es ja auch viel, viel Kraft kostet, sowas durchzuziehen. Also, die, die hinter Frau Merkel stehen, schickt Mutter Maria hin, dass sie die Kraft hat, ihren Weg weiterzugehen. Und die anderen, die sagen, die ich doch vom Teufel besesse, die können auch Mutter Maria hinschicken. Denn die Mutter Maria und Jesus sind ja genau die, die Liebe bringen, die Gerechtigkeit bringen, die das vollkommene Sein bringen. Also beide Parteien, jeder für sich. Wenn jeder Jesus und Mutter Maria hinschickt, in der Liebe, in der Fürsorge, auch in die Fürsorge für unsere Kinder, was da jetzt auf uns zukommt, mit Karatäne, mit die Kinder von uns wegnehmen und so weiter, rate ich euch, schickt Mutter Maria hin. Denn da, wo das Böse ist, das reinigt Mutter Maria. Und da, wo das Gute ist, das verstärkt Mutter Maria. Also schickt ihre in Liebe Mutter Maria. Denn die Liebe macht alles in die richtige Bahne.